Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play That Space. Wir sind in der letzten Folge in die Mannschaftsquartiere gelangt. Und was war denn hier? Ah, nehmen wir mit. Und wir müssen Navigationskarten finden, um damit irgendwas machen zu können. Ich weiß, jetzt nicht, jetzt nicht, äh, aha, interessant, jetzt ging's. Okay, Moment, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin, aber die ist doch verschlossen, die Tür. Warum werde ich zu einer Tür geführt, die verschlossen ist? Das finde ich nicht gut. Dann gehen wir jetzt hier durch. Mach auf. Na los. Mach auf. Mach auf jetzt. Geht doch. Erstmal die Waffe wieder, ne? Hier, so. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt komm, lass mich schießen. Nein, nein. Oh, fuck you. Alter. Äh, Isaac. Schieß auf diesen verkackten Tentakel. Alter, diese Steuerung ist in der Situation einfach scheiße. Los. Oh, oh. Alter. Oh, meine Fresse, Alter. Wuhu. Das war ja mal wieder ein toller Start. Gar nicht nervend, aufreibend und so. Nervend und aufreibend war das, ja. Leck mich am Arsch, ey. Ohne Spaß. Diese Kackteile. Die sollen mich in Ruhe lassen. Ich hab denen gar nichts getan. Das wird sich aber ändern, weil jetzt mag ich die nicht mehr. Ich hab Credits aufgenommen, glaube ich. Juhu. Credits sind immer eine feine Sache. Ich muss hier gar nicht hin. Ich weiß aber nicht, was... Achso. Warum soll ich das Chinesemodul einsetzen? Was soll ich denn? Achso. Nee. Aha. So. Da hat sich doch noch etwas versteckt, das ich natürlich nicht übersehe. Ähm. Nein. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Stirb. Stirb. Ich... Habe gesagt, du sollst sterben. Meine Fresse, ey. Grab mal nicht mal drei Minuten, weißt du, und schon zweimal erschrocken. Das kann doch nicht wahr sein. Wo kommt das Ding überhaupt her? Da war doch gerade nichts. Ne, Scheiße hier. Okay. Die Tür ist jetzt offen, das heißt, da gehen wir jetzt durch. Die Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ja, ich bin da. Fehlfunktion, super. Ach, nee. Ach, du Scheiße. Oh, fuck you. Alter, die Waffe ist ja mal jetzt voll... Krasser Scheiß, ey. Wo muss ich denn hin? Ich muss auch noch durch. Aber vielleicht... Ach, Mann. Das hätte ich mir noch denken können, dass diese... Punkt, Punkt, Punkt aufsteht. So. Die haben alle geilen Scheiß, den will ich haben. Ich will den geilen Scheiß, den ihr fein gelassen habt. Na gut, so geil war der Scheiß nun auch wieder nicht. Ähm... Ja, ist ja gut. Ich hab's doch gehört beim ersten Mal schon. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Oh, hier haben wir aber noch ein Schränkchen, das nimmt mich mit. So, ich hoffe, hier drin ist das Vakuum aus, sonst hab ich ein Problem. Ich weiß nicht genau, was in der... Okay, ich hab ein Problem. Halt deine... Fresse... Ach, komm, dann stirb so. Mach... Oh, ich muss nachladen. Warte kurz. Du sollst warten, hab ich gesagt. Alter. Was hast du nur für Tentakel, du Kackvieh? Jetzt stirb. Jetzt hör mal auf, überall hin und her zu spielen. So, jetzt... Boah, jetzt hör mal auf, so. Scheiße, das war blöd, ey. Ich hab, glaub ich, aber kein... Fehlfunktion der Lebensabendungs- und Klimasysteme. Ja, ist voll gut jetzt. Ja, scheiße. Hilfe. Oh, mach doch mal. Jetzt bin ich ja wieder hier drin. Warte, 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 warte. Das ist hier, ich hoffe. Komm schon, nein, ich bin tot. Fuh. Ja, genau, jetzt ist das Vakuum zu Ende. Willst du mich verarschen? Warum führt mich dieses verkackte Ding im Kreis? Was soll denn das? Hä? Was ist denn das für ein Bullshit? Verstehe ich nicht. Warum hat mich jetzt mein komischer Leitstrahl, was auch immer das sein soll, im Kreis geführt? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Na ja, zum Glück fangen wir hier wieder an. Was haben wir hier? Warum leuchtet das? Warum leuchtet das? Warte. Jetzt sind wir voll die Prost. Jetzt wissen wir genauestens Bescheid. So, du Scheißling, du würdest mich eh gleich aufstehen. Ja. Oh. Ha, habe ich das getroffen? So. Ne, dich habe ich nicht getötet. Oh, scheiße. Jetzt bist du aber tot. Aber du hast gar nichts fallen gelassen. Das finde ich scheiße, doch. Nimm doch mal die verkackte Plasma-Munition jetzt. Oh, ja, dann nehmen sie nicht, weißt du. Dann leck mich doch am Arsch, ey. Warum nimmt ja die Plasma-Muni nicht? Was soll das? Oh. Ja, der erste Schluss war ja schon mal voll super. Immer schön. Genau. In die Höhe schießen. Der nimmt es nicht auf. Warum? Jetzt hat er das aufgenommen. Okay. Ich soll da lang. Alles klar. Ich gehe jetzt da nochmal lang, ey. Wir sollen uns aber auch ein bisschen... Oder ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Ja, ich soll da lang. Aber wo soll ich dann hin? Das verstehe ich nicht so ganz. Hier um die Ecke. Das ist richtig. So, ja, komm. Jetzt mach deine Tentakel da raus. Schnauze, 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 Schnauze. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Warum halten die so viel aus? Aber die anderen nicht. Ach, komm. Dann baller ich so auf dich drauf. Ist mir jetzt zu blöd so. Geht doch. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, was die von mir wollen, ey. Okay. Ja, komm. Oh, oh. Oh, oh. Scheiß, die Wand an. Komm schon, stirb. Mann, stirb jetzt. Ich muss schon wieder nachladen. Ah, ich habe nur 26 fucking Sekunden Luft. Ich muss hier wieder raus. Ich muss wieder an die andere Tür. Hilfe. Er nimmt die Anämonie nicht auf. Verstehe ich nicht. So, mach die fucking Tür. Komm schon. Hui. Ganz kurz im Inventar gucken. Natürlich haben wir das nicht. Das ist ja super toll. Warum nimmt er denn die verkackte Plasma nicht auf? Ich habe doch noch Plätze frei im Inventar. Was soll das? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Naja. Wird schon seine Gründe haben. So, jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Jetzt bist du hier. Mann, jetzt zeig doch mal deine Tentakel. Das dauert immer voll lange. Ja, mach doch mal jetzt, du Kackvieh. Ich habe nicht so viel Luft. Ey, ohne Scheiß. Ich treffe die Tentakel, aber das interessiert das Vieh irgendwie nicht. So. Okay, der ist tot. Oh. Ne, Witz. Wo kommst du her, Mann? Komm her. Ah, scheiße. Du bist einer von der Crew. Okay, warte, warte, warte. Nein, voll daneben geschossen. So. So, du bist tot. Lass was fallen, lass was fallen. Ja, schön. Du hast Credits immerhin. Finde ich gut. Hier. Hier. Und jetzt? Aha. Okay, jetzt darf ich wieder zurück. Alles klar. Wie viel Luft habe ich noch? 40 Sekunden. Okay, das reicht. Erstmal. Ah, okay. Wieder durch die Tür durch. Wir sind ja einmal schon im Kreis gelaufen. Also, so viel Spannendes gibt es hier nicht. Da hinten ist noch was. Luft. Achso, da hinten gibt es sogar Luft. Luft. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit, Tür. Mann, jetzt geht doch mal auf. Okay, warte mal. Äh. La, 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 la. So. Wir holen uns mal im Sauerstoff, weil irgendwie die Scheißtür nicht aufgehen will. Geht doch. Jetzt. Jetzt auf einmal. Weißt du, jetzt geht es auf einmal auf. Hammer. Ende des Vakuums. Ah, schön, wenn man durchatmen kann. War das hier gerade auch schon so? Dunkel? Ja, wahrscheinlich schon. So. Okay. Hä? Achso. Hier war ich schon. Ah, ich verstehe. Okay. Oder auch nicht. Ich verstehe jetzt gerade irgendwie gar nichts, aber das macht nichts. Wo? Okay. Der Fahrstuhl fährt einfach schon mal los. Ich glaube, ich nehme mal ein Medi-Pack. Und ich nehme einfach mal noch eins. Und jetzt habe ich, glaube ich, keins mehr. Nee. Warum? Okay, das Ding ist, glaube ich, schon... Warum ist denn der jetzt geflohen? Och, Mann. Warum gibt es hier überall so eine verfickten Luftschächte? War ich hier schon? Öffne diese verkackte Tür. Ja, hier ist ein Badezimmer. Da war ich bestimmt schon drin. Kann ich mich voll dran erinnern. Und so. Gut. Oh, man macht doch mal die Tür auf. Das ist manchmal so lange und dauert. Das ist extrem nervig, ey. Oh, oh. Ich kann mich voll mit denen unterhalten. Schnauze. Ah, nein. Ich habe dich nicht gesehen. Verdammt. Ihr seid zu gut getarnt auf diesem Boden. Weg mit dir. In die Fresse. Oh, hier wird kein wilder Alien-Sex gemacht. Das ist ja ekelhaft. So. Ich möchte ja nur euer Freund sein. Alles klar. Dann gehen wir zurück. Was ist nochmal meine Aufgabe? Navigationskarten. Ich habe eine Navigationskarte gefunden. Na jo. Wo habe ich die denn her? Also, bevor ich aufgenommen habe, habe ich nämlich geguckt. Und dann musste ich noch drei finden. Jetzt habe ich aber schon eine gefunden. Das finde ich eigentlich sehr gut. Mir wäre natürlich lieb. Ich hätte schon alle gefunden. Aber, naja. Das geht ja immer nicht so einfach, wie man das möchte. Das ist ein bisschen blöd. Ähm. Vielleicht holen wir das hier weg, ja. Wir kaufen uns jetzt noch ein wenig Plasma-Energy. Komm, einmal geht noch. Ja, das ist das, das, das. Ja. Komm, wir kaufen uns noch welche. Ich habe es nötig. Dann haben wir jetzt... Jetzt habe ich mich mitgezählt. Verdammt. Wir kaufen uns noch eine. Dann haben wir nämlich da auch 25 Stück. So. Alles klar. Das sollte erstmal reichen. Für was immer da auf uns zukommt. Ich prüfe auch mal ganz schnell alle meine Waffen. Die eigentliche alle... Ja, die sind alle nachgeladen. Sehr schön. Isaac, du bist bestens vorbereitet. Ich bin begeistert. Da war gerade ein fettes Vieh und dieses fette Vieh. Da ist es. Halt die Fresse. Halt die Fresse, habe ich gesagt. Komm her. Alter, drei Schu... Oh. Hilfe. Weg. Alter, willst du mich verarschen? Da ist ja echt der Plasma-Cutter momentan die beste Waffe, die ich habe, ey. Und der brauche ich nicht so viel. Ich dachte, die ist ein bisschen krasser. Oh. Das wollte ich nicht. Aber ich habe mich... Oh. Die Plasma-Cutter-Waffe ist schon so mit die beste. Hallo? Oh, guck mal. Die Phosphorizieren. Geiler Scheiß. Die sind alle zu. Was soll denn das? Warum haben die hier keine wertvollen Sachen drin? Was haben wir da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Credits. Schade. Ich dachte, so ein Halbleiter aus Diamant oder so. Das wäre jetzt geil. Was haben wir hier? Ein Schema. Na, komm. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, für was das war. Ein Starze-Pack nehmen wir auch mit. Wenn wir es schon mal umsonst kriegen. Warum nicht? Immer schön zielen. Man weiß ja nie, was da so... lauert hinter den Ecken. Wieder 1000 Credits. Das ist so krass. Man kriegt im Grunde echt einiges an Credits. Hier ist nochmal ein Text-Log. Z-Ball-Regeln. Stellen Sie sich auf die beleuchtete Plattform und aktivieren Sie sie, um das Spiel zu starten. Springen Sie auf so viele Wartungsplattformen wie möglich, um Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie dann Ihr Chinesen-Modul, um den Ball zu fassen und ihn in den aktiven Korb zu werfen. Bevor der Wurf-Timer abgelaufen ist, nach jedem Level öffnet sich ein Spind. Mit einer Belohnung. Ich bin ja voll begeistert. Juhu. Ja, 3, 1, 10 und äh... Okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Nein! Ich will nicht! Okay. Ich muss aber. Hui! Knapp. Ach, komm, auf. Hui! Ich komme zu dir. Wo bist du? Wo bist du? Ach, guck mal. Oh. Diese Kackviecher. Verpissen sich einfach. Alter, was die manchmal aushalten, diese Tents? Oh, ja. Wenn man daneben stießt, halten die sehr viel aus. Habe ich gerade mal so festgestellt für euch. Alter, jetzt... Ist doch mal gut hier. Isaac! Du darfst nicht sterben, Isaac! Alter, ihr geht mir auf die Nüsse. Ihr geht mir auf die Nüsse. Ihr geht mir auf die Nüsse. Auf die Nüsse. Ja, geht ihr mir. Ich muss hier weg. Denn ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist doch voll der Scheiß. Das sage ich euch. Diese kleinen behinderten Kackviecher, ey. Die sind so scheiße, Mann. Ich treffe die nicht. Ich kann die einfach nicht treffen. Ich verstehe nicht, warum. Und vor allem diese behinderten Tentakel, die halten so viel aus. Das ist echt unglaublich. So. Textglock. Ja, die Spielregeln haben wir verstanden. Geh mal weg da. Wir spielen jetzt noch einmal das Spiel. Ja, ja. Bla, 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 bla. So. Ich habe aber gar keinen Ball. Achso, ich muss ja verdammt. So, die NAV-Karte haben wir schon mal. Boah, ey. Ihr geht mir auf die Nüsse. Ja, auf die Nüsse geht ihr mir. Ich kann das jetzt weg rein. Boah, beim Laufen und Zielen. Schwere Geschichte. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ach komm, gehen wir woanders hin. Ich muss mal ein bisschen versucht. Da sind ja auch diese ganzen Viecher immerhin. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ey, ohne Spaß. Ich treffe voll diese verkackten Tentakel. Alter, ich baller jetzt. Guck dir das mal an ohne Spaß, Alter. Drei Schuss deine Behinderte. Mutter, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier. Ah, jetzt ist es weggelaufen. Scheiße. Weg. So, ich werde es voll übertreiben. Ich nehme jetzt die Waffe. Oh, fuck you. Alter, Alter, deine kacken Mutter, ey. Geh weg jetzt. Wo sind hier die anderen? Ich sehe auch gar nicht, wo die sind immer. Da hinten. Ah, fuck. Ich muss nachladen. Ja, komm. Hier. Stirb. Noch mal eine extra Zugabe. Waren das alle? Ich hoffe. 3000 Credits. Das finde ich doch nett. Ich muss zurück. Okay. Hä, aber haben die nicht auch was verloren? Die müssen doch auch was verloren haben. Warum haben die nichts? Wat, 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 wat. Na gut, dann haben sie halt nichts verloren. Soll mir auch recht sein. Dann gehen wir wieder weg. Wir verlassen dieses Spielfeld. Das ist doof. Ich finde hier auch überhaupt gar keinen Ball. Das ist doch blöd. Alles klar. An dieser Stelle beende ich allerdings die Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Haut rein. Tschüss.